Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kiwi Martini 3. Der Kiwi Martini 3 ist ein besonderer Cocktail aus der Kategorie Martini Cocktails. Er wird nämlich mit frischer Kiwi hergestellt. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. Vollreife Kiwi, 5cl Wodka, 1cl Zuckersirup, Scheibe Kiwi, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Stirrer, Martini Glas. Zubereitung Die Kiwi schälen und in Stücke schneiden. Den sich bildenden Saft möglichst in einem Shaker auffangen. Die Kiwi in den Shaker geben. Das Fruchtfleisch mit einem Stirrer zerdrücken. Wodka und Zuckersirup dazugeben. Drei Eiswürfel hinzufügen. Alles gut shaken. In ein Martini Glas abseihen. Mit einer Scheibe Kiwi garnieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Das ist gut mit einer Steine. Das ist gut. Die Das ist gut. das ist gut. Was ist gut? Oder was ist das ist gut? Ich glaube, dass man hat. Soforte ist es gut. Beauty ist das ist gut. Soforte ist das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020